John liegt im Dreck? Nein! Warte So Niemand erschießt ja meinen Johnny Boy Komm hoch Johnny Yo moin moin liebe Kinder und herzlich willkommen zu einer Runde mit einem Random Ja ich wurde wieder von meinem Partner und verraten ja nicht ganz ich glaube mich hat sich wieder ein bisschen Auszeit genommen Bleibt mir nichts anderes übrig als wieder mit Randoms unterwegs zu sein Bin mal gespannt was dabei rauskommt Mal macht man ja gute Erfahrungen mal schlechte Meistens schlechte Aber ich gebe jedem eine Chance und außerdem will ich das Spiel spielen Mir ist also egal welchen Rang jemand hat Ich will anzocken So und dann kann es jetzt langsam auch mal losgehen hier Endlich So Lass uns gleich mal dahinter stürmen More battery Oh Raben Er hat sie aufgescheucht Ich dachte gerade noch Ja okay er scheucht sie wenigstens nicht auf Aber gut Man muss zu seiner Entschuldigung sagen Wenn wir so nah Beieinander laufen dann Stackt das auch glaube ich Bei dem Getier Ja komm her hier Komm Oh So Sehr schön Gib ihm So Schnell den Hinweis abholen Oh 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 Sorry Müdigkeit übermannt mich schon wieder Ja Ja Dann auf Eisenhütte Eisenhütte Die Eisenhütte hat es mir angetan Es ist nicht nur Nacht im Spiel Es ist auch Nacht im Real Life Und Ja Der Tag War doch anstrengend heute und Die Müdigkeit Die Müdigkeit Nagt schon langsam an meinen Gebeinen Da hinten wird schon fröhlich Oh Raben Da hinten wird schon wieder fröhlich geballert Hallo Kollege Hier Geld abholen bitte Oh Oh Da hinten Da war ein Hunter John Hast du es gehört? John Ich nenne ihn John Ja geil Hunter Da hinten Augen auf Im Straßenverkehr Ja Ja Treffer Noch ein Ach Schade So dann stürmen wir mal vor solange er beschäftigt ist Und knall ihn ab Sehr gut Nein Ich hänge fest Ah nein Nicht das Medikit Das Messer wollte ich John sei vorsichtig Oh John hat einen Hit gekriegt Oh erstmal hier ausmachen das Drecks Ding John leg ihn um Knall ihn ab Oh er hat sich geduckt Oh John liegt im Dreck Nein Warte So Niemand erschiesst ja meinen Johnny Boy Komm hoch Johnny So Die Belohnung kassieren Naja 50 Dollar Aber besser als nichts Was haben die Eine Windfielder oder so glaube ich Habe ich gerade aufblitzen sehen 50 Dollar Ja Johnny Ernte So So Okay Da kannst du dich heilen Okay Da ist der Hinweis Einer davon jedenfalls Oh 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 Jäger Jäger Mist Ich glaub Oh Und Oh anymore Zeit Hat Wo steckt sie? Es ist auf alle Fälle noch da. Oh. Schrotflinde. So. Okay. Oh, da oben der Kollege. Mist. Komm hoch. Komm hoch. Nein. Oh. Lauf. Oh, scheiß gepanzert er. Tu Idiot. So. Erstmal den Hinweis ausmachen hier. Er hat eine Schrotflinde. Da musst du aufpassen. Nicht so nah ran soll das heißen. Da ist er. Yep. Hätten wir das auch geklärt. So. Komm gleich schon. Jetzt können wir uns dann dem Boss hingeben. Was hat der? Eine Armbrust. Handarmbrust. Ja. Und. Handcannon. Ich hoffe jetzt finden wir gleich eine Axt oder einen Hammer oder irgend sowas. Äh? Wo ist der Boss? Wahrscheinlich im anderen Haus drüben. Oh. Eine Axt. So. Jetzt geht's ihm an den Kragen. Oh. Er soll aufpassen. Dass uns keiner in den Brücken fällt. Ja. Fallen reinschleppen. Oh. Nicht. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Fallen. Gibt's hier einiger. Zum Glück. Die noch. Warte. Gibt's da noch irgendwo? Hab ich noch irgendwelche gesehen? So. Hier hinten. Für das Fenster. Oder machen wir gleich für die Tür. Wo das Fenster vielleicht besser wäre. Da wäre er reingesprungen. Naja. Egal. Egal. Ja. Kein Ding. Was? Was war mit dem Köder, Alter? Danke, John. Danke, John. Da hinten ist unser Ausgang und zum Glück auch keine Hunter in der Nähe, die uns ans Leder wollen, na, ich treffe nichts, so, aber es sieht so aus, als würden wir es rausschaffen. Ja, danke John, immer gern mit dir, so, und so, noch schnell die Punkte anschauen, wollte ich sagen, und dann geht's ab ins Bett, ich bin jetzt völlig breit, so, ich danke euch fürs Zuschauen und, ja, bis zum nächsten Mal, Johnny, ein Kill mit der Granate gemacht, schön. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal.